In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Verbindung von einer Polar Vantage zu einem Stride herstellt. Wir gehen dazu in die Einstellungen, wählen erneut Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, Koppeln und Synchronisieren und dann Sensor, Gerät, Koppeln. Wir sehen den Stride hier im Hintergrund auf der rechten Seite liegen. Er hat gerade geblinkt, wurde gefunden, wir stellen die Verbindung her, er blinkt erneut und im Anschluss wird die Verbindung bestätigt. Da die Leistungsfelder auf Polaruhren schon verfügbar sind, müsst ihr diese gegebenenfalls noch auf eurem Datenfeld aktivieren, aber ansonsten könnt ihr direkt loslegen.